Mein Name ist Sascha Helmstedt, ich bin Applications Engineer bei der Firma Shure und ich werde heute unterstützt vom Thomas, wie so oft, und von der Sarah. Heute als Spezialgast haben wir die Claudi noch bei uns, die schaut uns heute mal über die Schulter, was wir da so treiben in unserem Studio. Für mich ist heute ein besonderes Webinar, weil das Produkt STEM, die Produktlinie STEM, begleitet mich seit meinem Anfang bei der Firma Shure und ich bin sehr involviert, was dieses Produkt angeht und hoffe, dass ich euch das genauso näher bringen kann, wie es für mich ist. Es geht um das STEM-Ekosystem, ein zugekauftes System. Wir haben die Firma STEM übernommen vor ein bisschen was über einem Jahr, um das Produktportfolio in die Breite abzugleichen. Die Firma Shure ist bekannt für zum Beispiel das MXA, das Microflex-Ekosystem oder auch natürlich die Funkstrecken, ULXD, Axient Digital. Das SM58 ist mittlerweile legendär. STEM-Ekosystem ist das neueste Kind und rundet uns ab in Konferenzräume, die wir bisher nur im oberen Segment bedienen konnten. Heute haben wir was, das einfacher zu konfigurieren ist und das den Markt wahrscheinlich revolutionieren wird. Die Agenda, was ist STEM überhaupt? Woraus besteht STEM? Wir haben uns sechs bekannte Probleme überlegt, sechs Pain-Points, wie man es auf Amerikanisch sagt, die wir genommen haben, um das Produkt überhaupt erst dahin zu bringen, wo es jetzt ist. Und dann kommen wir zum eigentlichen STEM-Workshop. Danach schauen wir uns den Room-Configurator an, also das Programm online, mit dem man STEM konfigurieren kann. Und selbstverständlich machen wir ein kleines Q&A. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, gerne in den Chat schreiben. Teilweise werden die schon im Hintergrund beantwortet. Teilweise werde ich sie mit der Sarah zusammen hier heute beantworten. Was ist STEM? Woraus besteht STEM überhaupt? Was macht STEM denn eigentlich? Es ist wie Microflex ein Ökosystem, ein Ecosystem, das aus einer bestimmten Art von Produkten besteht und die in sich abgeschlossen sind. Also Ökosystem funktioniert genau so. Wir nehmen das System, implementieren das in einen Raum und damit ist der Raum audiomäßig fertig. Mehr muss man nicht machen. Man sieht es hier schon an der Folie. Es sind ganz viele Geräte. Die stelle ich euch jetzt mal einzeln vor. Oh, Entschuldigung. Natürlich stelle ich euch die gleich nach den sechs bekannten Problemen vor. Wir haben zum einen das Raumdesign. Man kennt vielleicht nicht jeden Raum, in den das rein soll oder wenn man den Raum kennt, wenn man schon dort arbeitet, zum Beispiel als IT-Verantwortlicher, der ein System in einen Raum einbauen soll. Wie schaue ich mir das überhaupt an? Das ist einer der großen Punkte, die uns immer wieder herangetragen werden. Dann die Installation. Vielleicht möchte ich keinen Techniker engagieren. Vielleicht habe ich gar nicht die Zeit, einen Techniker zu engagieren und zu warten, bis der kommt. Dann, wie kann ich das System testen, wenn es denn mal im Raum drin ist? Eine objektive Prüfung ist fast nicht möglich, es sei denn, ich nehme einen aus der anderen Seite dazu, also vom Far End, aus dem Video Call und dann weiß ich immer noch nicht, wie qualifiziert ist diese Person auf der anderen Seite. Wenn es nicht in Ordnung ist, wie passe ich denn das System auf meinen Raum an? Dann, unterschiedliche Raumarten, für die ich überall die gleichen Produkte habe, unterschiedliche Größen, Grundrisse. Ein großes Problem, wenn man in einer größeren Firma unterschiedlichste Räume ausstatten soll. Dann Management. Moment, was macht mein System eigentlich? Wie verhalten sich die einzelnen Komponenten? Wird es viel benutzt? Wird es wenig benutzt? Und zu welchen Zeiten wird es benutzt? Macht es Sinn oder eben nicht? Und die Nutzerfreundlichkeit. Also muss ich meine Angestellten oder die Leute, die zu mir kommen, um Konferenzen abzuhalten, erst mal schulen, bis sie das System verstehen? Oder muss ich möglicherweise jedes Mal jemanden da hinstellen, der das den Leuten erklärt? Auch ein großes Problem ist manchmal, man kann zu viel am System machen und damit kann man aber auch viel kaputt machen an einem System. Also Nutzerfreundlichkeit, ein großer Punkt, ein Pain-Point, wie wir das nennen. Damit sind wir jetzt endlich beim STEM-Workshop. STEM besteht hauptsächlich aus zwei Speakerphones, einem Ceiling-Mikrofon, einem einzelnen Speaker, dem Hub und dem Control. STEM Ceiling, Ceiling Englisch für die Decke, also es kommt an die Decke. Das STEM Wall, das kennen vielleicht die meisten schon an die Wand oder auf eine kleine Anrichte oder unter den Fernseher, je nachdem, wo man es hinhaben möchte. Diese Stem Table haben wir hier klassisch in seinem natürlichen Habitat auf dem Tisch und dazu gibt es den Lautsprecher, den ich jetzt leider nicht da habe, aber ich habe den Hub, der das ganze System verwaltet und Control, mit dem ich das System konfigurieren und einsehen kann. Die einzelnen Komponenten schauen wir uns jetzt natürlich nochmal ein bisschen genauer an. Hier sieht man das Ceiling in einem Konferenzraum eingebaut, im sogenannten Chandelier-Mode. Das heißt, es hängt an einem Draht von oben von der Decke runter und damit ist es im Prinzip auch schon eingebaut. Ein Kabel sollte man vielleicht noch ranmachen, zumindest PoE oder Ethernet, beides in einem Kabel drin. Vielleicht noch ein USB-Kabel, wenn man es alleine betreiben möchte, aber dazu kommen wir später ein bisschen genauer. Das Ceiling-Mikrofon hat einige Features, die es so nicht gibt bei anderen Mikrofonen. Zum einen, das kennt man schon eher, man kann die Beam-Stärke anpassen von Narrow, also ein kleiner Beam, der nach unten geht, to Medium, to Wide. Damit kann man dann eine größere Fläche abdecken. Es hat aber auch den sogenannten Fencing-Mode und der funktioniert folgendermaßen. Alle Mikrofone, die da eingebaut sind, nehmen den kompletten Raum auf, aber alles, was außerhalb des Fences vonstatten geht, wird rausgerechnet. Das heißt, wenn ich durch diesen Fence-Beam durchlaufe, dann höre ich, wenn ich von 1 anfange zu zählen, ich zähle das jetzt einfach mal leise, das soll außerhalb vom Beam darstellen. 1, 2, 3, 4, dann bin ich im Beam, im Fence, 5, 6, 7, 8, dann gehe ich wieder raus aus dem Fence und das hört man tatsächlich nicht mehr. Sehr gut geeignet für Umgebungen mit hoher Lautstärke, wo vielleicht ein Drucker daneben steht im Raum, den man nicht hören möchte und den man ohne weiteres auch nicht rausgefiltert bekommt. Also ein sehr interessantes Feature und stylisch ist es selbstverständlich auch, wie die komplette Produktlinie von STEM und passt sich in einen derart modernen Raum sehr, sehr gut ein. Wall, eins meiner persönlichen Lieblinge bei STEM, es lässt sich sehr, sehr gut fast überall anbringen. Es sind einfach zwei Schrauben in die Wand, dann hängt man es ran oder wenn man eine Platte hat, macht man Schrauben von hinten rein und das war's. Wie alle anderen wird es über PoE Plus versorgt und ich kann das, wie gesagt, entweder an die Wand schrauben, so dass ich es über oder unter dem Fernseher habe oder ich stelle es einfach irgendwo hin. Es hat Gummilippen unten dran, dass es nicht scheppert und nicht wegrutschen kann. Sehr einfach zu installieren. Man kann es, wenn man es einzeln benutzt, aber auch da kommen wir später nochmal ein bisschen genauer drauf. Einfach über PoE mit einem Ethernet-Kabel versorgen, entweder über einen Switch oder einen PoE-Injektor und dann per USB an den Rechner anschließen. Dann wird es als Speakerphone erkannt und das war's. Wir haben mehrere Mikrofone eingebaut, genauso wie Lautsprecher. Entschuldigung. Und wir können Beamforming realisieren. Das heißt, wenn ich vor dem Wall entlang laufe, dann trackt mich dieses Mikrofon von links nach rechts oder andersrum und blendet dadurch die Außengeräusche ein bisschen aus. Entschuldigung, ich habe heute einen Brösel auf der Schalmei. Ich würde einen Schluck trinken. Hoffe, dass es dann besser wird. Beamforming. Funktioniert sehr gut und dadurch hat man eine saubere Akustik. Es sind Subwoofer eingebaut. Das ist jetzt keine PA, wie man es für ein Robbie-Williams-Konzert nehmen würde. Aber für eine Raumbeschallung reicht es absolut aus und klingt sehr homogen. Das Table, wie gesagt, steht hier neben mir auf dem Tisch und ist ebenfalls ein Speakerphone. Das heißt wieder Lautsprecher inklusive Mikrofonen. Mehr brauche ich einfach nicht. Und ich kann es auf den Tisch stellen, egal wo. Und der Lautsprecher zeigt nach unten. Das sieht man vielleicht an den Noppen. Da kommt der Ton raus und wird über den Tisch weiter verbreitet, sodass wir nicht in ein mögliches Deckenmikrofon oder eine hallige Decke den Ton reinspielen, der vom Far End kommt, sondern wir verteilen es auf dem Tisch. Damit ist es schön gleichmäßig und wir haben so wenig wie möglich Raumhall. Sowohl das Table als auch das Wall haben, wie gesagt, Beamforming. Die tracken, je nachdem, von welcher Richtung gesprochen wird. Und die andere Richtung wird ausgeblendet. Es ist die Intelligenz ebenfalls in den jeweiligen Speakerphones mit verbaut. Wir haben Echo-Cancelling etc. Alles, was man braucht für eine Videokonferenz. Auch hier Ethernet-Kabel zur Stromversorgung und USB, um das anzuschließen an einen Rechner. Lautsprecher sehr, sehr stylisch. Für eher moderne Räume würde ich das mal nehmen. Man kann ihn in allen möglichen Positionen aufbauen. Entweder wie hier an die Wand oder tatsächlich auch in eine Deckenplatte einbauen, wie das Ceiling. Man kann ihn auch auf Füße stellen. Die sehen wir jetzt hier gerade nicht. Die sind aber im Lieferumfang enthalten. Und damit kann man das gute Stück überall hinstellen, wo es einem Sinn macht. Wie man das am besten rausfindet, wo es Sinn macht, das schauen wir uns nachher in diesem kleinen Programm an, von dem ich schon gesprochen habe. Ebenfalls POE-Befeuert. Und hier sieht man eine weiße Scheibe, die aber eigentlich ein Hub ist. Nämlich dieses gute Stück. Wie man sieht, gibt es hier auch zweimal Anschlüsse. Genau genommen gibt es sogar drei. Es hat noch einen zusätzlichen Dante-Anschluss. Sieht man das hier? Ja, ich glaube schon. Zeige ich euch nachher auch nochmal ein bisschen genauer. Wir haben Ethernet. Wenn wir ein größeres Ökosystem aufbauen wollen, sprich ein Wall, ein Table, vielleicht ein Ceiling und noch ein Lautsprecher dazu. USB gibt uns nur die Möglichkeit, ein Mikrofon auszuwählen. Und sollten wir zwei Mikrofone auswählen wollen, gleichzeitig in Teams, geht das einfach nicht. Dazu haben wir den Hub. Der Hub sammelt sämtliche Signale über einen Switch ein. Das heißt, ich brauche einen POE-Switch. Da hängt der Hub dran, das Wall, Table, bis zu zehn Einheiten. Und der Hub nimmt es dann über USB und schickt es an den Rechner. Und dann wird der Hub als Speakerphone erkannt. Und die anderen Devices spielen einfach nur zusammen, ohne dass ich viel machen muss. Ich kann nachher ein Room-Adapt machen, zeige ich euch ebenfalls am Control und im Programm. Noch eine Kleinigkeit. Der Hub ist jetzt hier sehr prominent angebracht, aber der hat kein WLAN oder irgendwelches in der Art drin. Der kann auch natürlich irgendwo verbaut werden, wo man ihn nicht sieht. Vielleicht unterm Tisch, dass die USB-Strecke nicht so wahnsinnig lang wird. Wenn man den noch irgendwo völlig anders verbauen will, es geht natürlich auch SIP. Darüber kommuniziert das System ebenfalls. Und man kann das in seine Telefonanlage einbinden. Hier sehen wir noch ein Bild. Wir haben hier den normalen ursprünglichen Hub. Wir haben Ethernet, wir haben analogen Out, USB und Dante-Anschluss. Dazu gibt es jetzt ganz neu den Hub X. Der hat kein Dante drin und dementsprechend einen Anschluss weniger. Aber wenn man kein Dante braucht, sprich wir wollen nur den Hub mit dem Ecosystem benutzen, brauchen wir kein Dante. Wir schließen es an den Computer an und das reicht uns völlig aus. Wir müssen das Signal nicht noch irgendwo anders hinschicken. Wunderhübsch, habe ich das Bild wohl nochmal drin. Hier sind wir beim Control und das sehen wir jetzt hier neben mir auch nochmal. Und jetzt kommen wir schon ein bisschen mehr Richtung Workshop. Das Control ist ein systeminternes Control Panel. Man kann es entweder so hinstellen oder quasi flach auf den Boden, auf den Tisch, Entschuldigung, und ebenfalls ausschließlich über Ethernet befeuert. Man hängt das genauso wie den Hub und die anderen Geräte einfach an den PoE Plus Switch ran und kann damit das komplette Ökosystem verwalten. Ich zeige euch einfach mal, wie das hier geht, wenn wir mal die andere Kameraeinstellung sehen könnten. Genau, ich versuche das so wenig spiegelnd wie möglich hinzustellen. Ich hoffe, das funktioniert so. Wir sehen hier ein paar Schaltflächen. Einige sind interessanter als andere. Ich fange immer an mit Ökosystem. Ecosystem. Dann sehen wir mehrere Optionen, die wir haben. Den Design Wizard, der ist ganz rechts, glaube ich, von eurer Seite aus. Den zeige ich euch nachher mit dem Programm. Und in der Mitte haben wir Devices und ganz links haben wir Rooms. Mit Rooms könnten wir uns anzeigen lassen, die Räume, die wir schon gebaut haben, haben wir jetzt aber noch nicht so wahnsinnig viele gemacht. Deswegen fangen wir an mit, welche Devices sind überhaupt bei uns. Wir sehen, wir haben vier Devices bis jetzt. Und zwar einmal das Table hier, den Hub, das Wall und das Control selbstverständlich. Damit die so schön grün leuchten, brauchen wir noch eine Kleinigkeit, nämlich einen DHCP-Router. Der muss zwingend im System eingebunden sein. Sprich, der muss auch an den Switch mit ran. Aber wenn ich Internet in einem Raum brauche, um eine Konferenz zu machen, dann ist es in aller Regel überhaupt kein Problem. Sprich, jeder Router, jede Fritzbox oder wie sie alle heißen, hat einen DHCP-Router drin. Und damit ist es überhaupt kein Problem. Die Adressen werden vergeben, die IP-Adressen. Und dann spielt das System von alleine miteinander. Ich habe jetzt hier auch nichts anderes gemacht, als sie anzustecken. Irgendwann werden die grün und das war's. Was man beachten sollte, wie bei allen Produkten heutzutage, die mit irgendeiner Art von Firmware laufen. Es gibt unterschiedliche Firmwaren, Firmwares, Firmwarestände, mit denen die Geräte ausgeliefert werden. Wenn die Firmwarestände einen gewissen Schritt unterschreiten, können die nicht miteinander reden, weil die einfach, die eine vielleicht zu alt ist für die neuere oder die neuere eher zu neu ist für die alte und die alte nicht weiß, dass es die neuere gibt. Das war jetzt ein bisschen verwirrend. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt noch den STEM Upgrader 2.0. Den kann man sich im Teams-Shop runterladen, ohne sich anzumelden. Damit kann man alle Devices außer das Control einfach updaten bis zum aktuellen Firmwarestand. Und der wird uns auch in blau angezeigt. Und wenn alle Geräte auf den richtigen Firmwarestand gebracht worden sind, dann können die problemlos miteinander sprechen. Wie gesagt, die einzige Ausnahme ist das Control, das direkt am Internet hängen muss. Das kann ich nicht mit einer Software updaten. Das macht es von alleine. Und sobald alle Geräte da dranhängen, ist es einfach so, dass die automatischen Updates ständig mitlaufen. Ständig guckt das System, gibt es ein neues Update und dann werden die draufgespielt. Und man muss sich einfach keine Gedanken mehr darüber machen. Daher kommt auch der komplette Systemgedanke von STEM. Wir möchten nicht ein High-Maintenance-System in einen Raum einbauen. Wir möchten ein System, das sich selbst verwaltet und updatet und immer funktioniert, immer auf dem neuesten Stand ist. Kleinen Moment nochmal, bitte. Abschließend dazu, bitte macht die Updates. Dazu gibt es in Kürze auch eine kleine Guideline von uns. Und damit sollte das überhaupt kein Problem sein. Also, wir haben vier Geräte. Wir können uns die Devices einfach anschauen. Wir gehen mal einfach ins Control rein. Und hier sehen wir, wir haben ein paar Statusanzeigen. Wir sehen die MAC-Adresse, die IP-Adresse. Wir könnten zu Advanced Settings zum Beispiel. Und hier sieht man schon Enable Automatic Updates. Ist da Haken dran. Oder wir können automatisch ausmachen, wenn wir das nicht möchten. Ich persönlich denke, wenn so ein gut funktionierendes System zusammen in einem Raum eingebaut ist, macht es keinen Sinn, das abzuschalten. Weil damit würde ich das System eigentlich nur hindern, sich selber zu verwalten und sich abzudaten. Und das ist nicht im Sinne des Erfinders und zwar buchstäblich. Weil STEM hat sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Hat schon ganz, ganz viele unterschiedliche Mikrofone gebaut. Schon als Phoenix, so hießen die früher oder das gibt es immer noch. Und daraus wurde STEM geboren. Das ist ein System, da haben sich viele Leute viele Gedanken gemacht. Lasst das System eigentlich noch arbeiten. Lasst es machen, was es am besten kann. Und damit gibt es keine Probleme damit. Wir können hier nicht so wahnsinnig viele Sachen ändern, weil das Control selber sehr einfach gestrickt ist. Es ist dazu da, um die anderen Geräte zu verwalten. Oder um einen Raum zu bauen. Das haben wir hier schon mal gemacht. Man nimmt einen Raum, man kann dem Raum einen Namen geben. Und dann tauchen diese Geräte in dem Raum auf. Und hier haben wir jetzt noch ein paar mehr Möglichkeiten. Nämlich, wir können den Raum testen. Das sagt uns dann, alle Geräte, die in den Raum reingeplant wurden und die mit dem Raum verbunden worden sind, sind auch da. Der Health-Status, also das Gesundheitsstatus, wird angezeigt. Wir können Devices rausnehmen, wenn wir sie irgendwo anders benutzen wollen. Wir können Room Adapt machen. Und das ist genau das, was ich euch gerade vorhin schon gesagt habe. Wenn ich das jetzt drücken würde, würde es einen Ping aussenden. Und das System würde sich die Reflektionen vom Raum anhören. Das weiß, wie der eigene Ping klingen muss, welche Frequenzen da sind. Und je nachdem, was zurückkommt und in welcher Zeit das zurückkommt, weiß das System, okay, der Raum klingt so oder so oder so. Das wiederum wird berechnet im Hintergrund, dann wird es implementiert und der Raum ist, nachdem man diesen Knopf gedrückt hat, schlicht und ergreifend fertig. Das dauert 30 Sekunden, also es reicht nicht mal für einen Kaffee. Danach kann man das System in Ruhe lassen und es spielt. Ping Room, da können wir hören, welche Devices sind alle da. Dazu gibt es noch Advanced Settings. Hier kann man den kompletten Raum zum Beispiel hoch und runter fahren. Man kann die Lichter ausmachen, was hauptsächlich auf die LEDs anspricht, die in diesen Geräten verbaut sind. Und zwar, wie schon angesprochen, gibt es Tracking-LEDs. Das heißt, die LEDs, die meiner Sprachposition am nächsten sind, die gehen an und die folgen mir auch. Das kann schön sein, aber manche Leute möchten das nicht. Also mache ich hier Licht aus, Lights on, den Haken weg und die Lichter bleiben einfach aus. Er trackt zwar nach wie vor, aber es zeigt es mir nicht mehr an. Was ich gerade vorhin noch vergessen habe, wir haben am Lautsprecher, am Wall und am Table Einstelltasten für Lautstärke plus minus und einen Mute-Knopf, was zum Beispiel vor allem beim Table, wenn es direkt vor mir steht und ich mich kurz mit meinen Kollegen besprechen möchte, sehr sinnvoll ist. Ich drücke auf den Mute-Knopf, damit ist das System aus. Ich kann kurz Rücksprache halten. Claudi, wie gefällt es dir heute? Claudi, gefällt es gut, das freut mich. Dann mache ich den Mute-Knopf wieder aus und das System damit an und kann weitersprechen mit meiner Videokonferenz. Ebenfalls automatische Updates und hier kann man auch noch die Fencing-Option einschalten vom Ceiling. Noch dazu ein kleines Wort. Die Fencing-Funktion geht, wenn man mehrere Ceiling-Mikrofone im Raum hat, ebenfalls. Also ein Ceiling-Mikrofon oder mehrere Ceiling-Mikrofone, da funktioniert es. Wenn das System erkennt, dass noch ein Table drin liegt oder ein Wall irgendwo verbaut ist, im selben Raum, im selben Raum, dann wird die Fencing-Funktion nicht funktionieren. Jetzt habe ich meine Präsentation verloren, aber das ist auch nicht so wahnsinnig schlimm, weil damit waren wir sowieso fast durch. Fencing funktioniert deswegen nicht, wenn andere Geräte im Raum sind, weil, Thomas, jetzt kannst du vielleicht noch mal kurz zu mir gehen. Und vielen Dank. Wenn dieses Fencing angeschaltet ist, dann nimmt es einen bestimmten Raum auf und ich möchte, dass der Krach von draußen weg bleibt. Wenn jetzt aber so wie hier bei mir Fencing meinetwegen hier an wäre und da ein Table steht, dann macht das einfach keinen Sinn, wenn ich diese Fencing-Funktion benutzen möchte, aber außerhalb von diesem Fence noch ein Mikrofon stehen habe. Daher, nur wenn ausschließlich Ceiling-Mikrofone, eins oder mehrere, verbaut sind, geht diese Fencing-Funktion. Nicht wundern, wenn ihr das aufbaut und es tut nicht. Das ist dann tatsächlich der Grund. Entschuldigung, heute ist mein Hals ein wenig rau. Wir haben als nächstes den Room-Configurator. Ich würde mich mal ganz kurz verabschieden und hoffen, dass die HDMI-Technik mich heute nicht komplett im Stich lässt. Aber wie ihr seht, das ist live. So war es geplant, so machen wir es. Wunderbar. Irgendwas ist schon wieder da. Schauen wir mal. Na also, geht doch überhaupt kein Problem. Aber hier seht ihr, ihr werdet nicht in das Licht geführt. Wir machen das tatsächlich live. Alles genau so, wie wir es versprochen haben. So sind Workshops eben. Der Room-Configurator. Das ist ein kleines Tool, das ist online. Damit können wir den Raum erstellen, planen, Devices reinplanen und danach den Raum so ausrüsten, wie es am sinnvollsten ist. Wir können ganz einfach mit dem Mauszeiger Wände aufbauen. Wände machen für die meisten Räume Sinn, weil daraus bestehen die halt einfach. Wir nehmen einfach mal ein Quadrat, haben hier viereinhalb Meter. Wir wollen es aber lieber in Meter zum einen. Und zum anderen wollen wir es rechteckig. Dann brauchen wir vielleicht einen Tisch in einem Meetingraum. Würde auch Sinn machen, damit wir unser schönes Table überhaupt erst unterbringen. Dazu brauchen wir Leute, die dran sitzen. Wir wollen es andersrum. Und wir wollen den Tisch ein bisschen größer haben. Dann wollen wir, ja, so ein normaler Tisch ist langweilig. Wir möchten ein U. Das U soll ein bisschen größer werden. So ist wunderschön. Ich glaube, so lassen wir es erst mal. Vielleicht wollen wir noch einen Schreibtisch oder einen Rednerpult oder irgendwas Ähnliches dazu machen. Das machen wir mal hier. Und dann brauchen wir natürlich unsere STEM-Devices. Wir fangen an mit dem Wall, machen das ran und schauen uns an, wie viel deckt das Wall ab. Reicht das aus für den Raum? Sieht erst mal nicht so aus. Also bauen wir noch ein Table da an dem Tisch und auf die andere Seite machen wir auch noch eins. Und jetzt sieht es schon sehr, sehr viel besser aus. Und wie ihr gesehen habt, wurde mit dem zweiten Device der Hub dazu gemacht. Das weiß das System, dass es mit einem Device klarkommt mit dem Computer. Ab zwei braucht es den Hub. Und sinnvollerweise machen wir das Control auch noch mit rein, um den Raum sauber implementieren zu können und überwachen zu können und zusätzlich natürlich auch steuern zu können. Das speichern wir uns weg. So, wunderbar. Das war in aller Kürze der Raumkonfigurator. Sieht man sehr einfach, man baut Wände. Man kann die Wände auch schräg machen. Man kann natürlich noch mehr Möbel reinmachen oder noch mehr Devices reinmachen. Überhaupt kein Problem. Und der Raum sagt einem gleich, vermutlich wird dein Raum, wenn du diese Devices reinmachst, in Ordnung klingen. Immer unter der Maßgabe, dass alle Räume unterschiedlich klingen. Wenn der komplett mit Teppich ausgeschlagen ist, wird er trockener klingen als ein Schwimmbad. Bin ich mir ziemlich sicher. Das kann euch der Raumkonfigurator nicht sagen. Dafür gibt es, wie wir es gerade vorhin schon gezeigt haben, den Room Adapt Knopf. Entschuldigung. Und der pinkt uns dann den Raum durch, wenn alle Devices so eingebaut sind, wie wir das geplant haben. Und dann wird das System angeglichen und zwar ebenfalls automatisch. Hier haben wir jetzt eine Überschrift, die ich nach wie vor nicht vernünftig ins Deutsche übersetzen kann. Place nice with others soll heißen, das System verträgt sich sehr, sehr gut mit anderen Drittanbietern. Man sieht hier Zoom, Teams, Google Meet, Bloom Teens. Dante selbstverständlich nur, wenn der Hub auch einen Dante-Anschluss hat und nicht der Hub X ist. Mit Huddley, mit TrueConf, was eigentlich eher eine amerikanische Plattform ist. Die ist bei uns nicht so stark vertreten. Kompatibel, wie gesagt, mit vielen, vielen, vielen Drittanbietern und dadurch auch sehr flexibel einsetzbar. Der eine redet gerne über Teams, der andere lieber über Zoom. Aber das überlassen wir komplett euch. Das war es von unserer Seite. Das war der Workshop und damit wären wir beim Q&A. Sarah, gibt es denn schon irgendwelche Fragen, die wir beantworten können? Wir starten mal mit, geht STEM auch drahtlos, beziehungsweise mit WLAN? Das ist eine gute Frage. Stand jetzt geht das nicht. Man könnte natürlich, wenn man von Dante auf einen WLAN-Router übersetzt, was mit Dante gar nicht so einfach ist, das Ganze auch über WLAN schicken. Aber dafür ist es definitiv nicht gedacht. STEM funktioniert mit Ethernet-Kabeln, die über PoE befeuert werden oder die Daten ebenfalls über die Ethernet-Kabel in einen Switch geschickt werden. Oder dann über USB abgegriffen werden. Also nein, über WLAN geht es erstmal nicht. Okay. Und kann man das Control auch für andere Raumsteuerungen nutzen? Das geht ebenfalls nicht. Das Ecosystem ist so geplant, wie ich es gerade vorhin schon angemerkt habe, dass nicht jeder dran rummachen kann. Und wenn man auf dem Control zum Beispiel andere Software installieren könnte, dann wäre das natürlich schwierig, wenn das in einem sehr, sehr einfach zugänglichen Raum oder vielleicht sogar in einem öffentlichen Raum ist. Und jeder, der die Software draufmachen kann, die er möchte, wäre wahrscheinlich nicht zielführend. Also nein, das ist nur für das STEM-Ekosystem gedacht. Okay. Ist es möglich, eine Kamera anzuschließen? Direkt ans System? Nein. Natürlich kann man eine Kamera an den zweiten USB-Anschluss anschließen von seinem Rechner. Das ist überhaupt kein Problem. Nächste Frage. Hat die Soundbar einen Klinkeneingang? Die Soundbar, das habe ich jetzt schon oft gehört, das ist keine klassische Soundbar. Das ist ein Speakerphone. Es ist nicht dafür gedacht, um den Fernsehton zu verstärken und vielleicht aufzuhübschen. Es ist dafür gedacht, dass wir Konferenzen machen können und natürlich auch mal eine Präsentation darüber abspielen können. Aber das muss alles über den USB-Anschluss passieren. Es hat keinen analogen Eingang. Nein. Die Wall ist nur als Speakerphone gedacht und nicht als Lautsprecherbox im klassischen Sinn. Okay. Und ist es möglich, mehrere Ceilings mit Tables zu kombinieren? Das ist auf jeden Fall möglich. Wie schon gesagt, die Fencing-Funktion wird dann nicht mehr gehen. Das ist ausgeschlossen vom System. Wir lassen die Fencing-Funktion raus, wenn wir Ceilings und andere Audio-Devices bis zu 10 miteinander kombinieren wollen, weil es einfach keinen Sinn macht. Ich mache weiter. Hat die Stem-Wall einen Durchschleif-Ausgang, um eine USB-Kamera direkt einzubinden? Im Endeffekt ähnliche Frage wahrscheinlich wie von vorhin, oder? Ja, ähnlich, aber es hat keinen Durchschleif-USB. Das ist nicht vorgesehen. Glaube ich auch nicht, dass es kommen wird. Also nein. Okay. Wie groß ist die Abdeckung des Stem-Seilings im Vergleich zu MX-A910? Das ist natürlich schwer zu sagen. Es kommt immer sehr stark auf die Einbauhöhe an. Und beim Ceiling ist es einfach so, wir haben drei Beams, wie gesagt, weit, medium und narrow, also einen kleinen Beam oder das Fencing. Und wenn der Beam einmal eingestellt ist, dann wird der, wenn das Ceiling höher geht, wird natürlich der Beam auch größer. Unabhängig von der Einstellung. Das ist der Herr Pythagoras, der uns da hilft. Das MX-A, da kann ich Lobes einstellen. Und ich kann viel, viel granularer die Fläche abdecken, die ich abdecken muss oder möchte. Also, ich würde sagen, im Vergleich, das MX-A ist flexibler. Das Ceiling ist einfacher zu installieren, weil es einfach nicht so viele Optionen bietet. Dafür ist es aber auch nicht gedacht, sondern genau dafür, wir hängen das in den Raum. Und wir möchten keine Technikerbrigade anheuern müssen, die vielleicht vier Wochen braucht, bis sie erstmal zu uns kommt. Wir möchten das selber machen können. Und dafür ist es auch konzipiert und dafür funktioniert es auch gut. Okay. Es geht weiter. Ja, kann ich. Ich nehme an, die Frage zielt eher auf, kann ich unterschiedliche Räume nebeneinander betreiben und vielleicht eine Faltwand aufmachen und dann die Räume zusammenschließen? Ja, das kann ich. Das ist sogar ein extra Knopf. Mal gucken, ob ich den auf die Schnelle finde. Ja, genau. Hier oben, Thomas, wenn du vielleicht nochmal gucken möchtest. Jawohl. Hier oben, Join Rooms. Wenn ich einen zweiten Raum angelegt hätte, könnte ich diese zwei zusammenführen, wenn ich eine größere Konferenz habe. Und dann nehme ich sie wieder auseinander, wenn ich wieder zwei einzelne Räume haben möchte. Ich kann natürlich auch unterschiedliche Raumszenarien in Form von unterschiedlichen Raumanordnungen machen. Ich kann einen kleinen Raum und einen mittleren und einen größeren mit unterschiedlichem Einsatz von Devices realisieren. Überhaupt kein Problem. Die Software, die dabei ist und das Control helfen uns, das einfache einzurichten. Super. Danke. Können Firmware-Updates zentral ausgerollt werden? Ich vermute, die Frage bezieht sich auf das automatische Update. Also, ja. Das kann man hier einen Haken setzen. Und dann macht das System das für alle Devices, die angeschlossen sind. Und auch ab einer bestimmten Firmware, sobald das Device am Internet hängt, updatet es sich von alleine. Ja, das funktioniert. Okay. Und können zwei Speaker stereo konfiguriert werden? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, nein. Okay. Dann geht es weiter. Sind die Farben fix oder können diese jeweils in weiß oder schwarz erhältlich sein? Die Farben der Devices sind so, wie sie sind. Also, wir haben hier schwarzes Wall, schwarzes Table, graues Control, einen weißen Hub und ein weißes Ceiling hinter mir. Das steht natürlich jetzt gerade und hängt nicht an der Decke. Aber das sind die Farben momentan noch nicht anders bestellbar. Dankeschön. Kann man Stem Wall auch höher unter der Decke montieren? Bei einem Raum mit Standardhöhe? Wie schon gesagt, prinzipiell... Es gehört noch etwas dazu. Also, unterhalb der Decke an der Wand. Ja, prinzipiell geht das. Mit Standardhöhe sind wir wahrscheinlich bei 2,40 Meter. Und das kommt dann sehr darauf an. Wenn ich... Also, klar, ich kann es hinschrauben, wo ich möchte. Das bleibt sich gleich. Aber die Abstände werden dann natürlich irgendwann mal schwierig, wenn ich es zu weit oben in die Ecke mache und an ein weit entferntes Ende vom Tisch möchte. Da würde ich vielleicht eher gucken, dass ich das gute Stück ein bisschen weiter runter mache. Entweder knapp über den Fernseher oder tatsächlich da drunter. Wenn einer, so wie ich jetzt, hier steht und sprechen möchte, dann würde es Sinn machen, das ungefähr in dieser Höhe zu machen. Hier oben, weiß ich nicht. Theoretisch möglich, das Ergebnis würde ich zumindest überprüfen wollen. Okay. Dann kann ich mit einem Control auf einer Etage bzw. in einem Unternehmen mehrere Räume konfigurieren? Ja, das kann ich machen. Sieht man hier schon, Join Rooms würde überhaupt keinen Sinn machen, wenn es diese Funktion gäbe, wenn ich nur einen Raum damit steuern könnte. Also ja, das geht. Dafür ist es ja auch gedacht. Ich kann zum Beispiel auch Statistiken abrufen über alle Geräte, die ich in meinem Unternehmen verbaut habe. Zum Beispiel Statistik, wie lang wurden Gespräche geführt, wie viele Betriebsstunden hat das Gerät auf dem Buckel, ist ein Gerät ausgefallen, hat jemand den Stecker gezogen oder es runtergeschmissen. Klar, kann man alles über das Control mit mehreren Räumen machen. Ja. Okay. Und ist es möglich, alles via Notebook-Zugriff beim Endkunden einzurichten? Der Kunde hat kein Control Panel, der Kunde hat einfach ein USB via Hub. Jetzt sehe ich hier, der Christoph hat es auch schon beantwortet. Ich lese einfach mal vor, was die Antwort war. Vielleicht möchtest du was hinzufügen. Man kann natürlich auch ein USB-Hub verwenden, um die Signale zu sammeln, damit am Computer nur ein Kabel einzustecken ist. Möchtest du was hinzufügen, Sascha? Ja, ich kann mit, also ich sehe ja hier die IP-Adressen. Wenn ich das auch auf andere Art und Weise rauskriegen kann, viele Leute können das, dann kann ich über die IP-Adresse auf den Browser zugreifen und kann das Gerät auch vom Laptop aus einstellen. Vielen Dank. Aktuell gibt es keine weiteren Fragen. Wunderbar, Dankeschön, Sarah. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr alle dabei wart. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann schaue ich mal, ob ich diese schöne Folie noch finde, wo unsere Daten drauf sind. Die wird gleich im Anschluss gezeigt. Kontaktiert uns, wenn ihr Fragen zu STEM habt. Wenn ihr es mal ausprobieren wollt oder irgendwo einbauen wollt, wir stehen mit Rat und Tat zur Seite. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Nachmittag. Tschüss.